Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde PUBG! Schreibt doch sehr gerne in die Kommentare, was so euer Lieblingsspiel in der letzten Zeit war. Findet euren Spielpartner und vielleicht spielt ihr auch zusammen, wenn es ein Multiplayer-Spiel ist. Viel Spaß bei der Runde! Hola! Counter-Strike 2. Hier ist nur ein Team bei uns unten. Ein Team! Zwei, oder? Also es müssten zwei Teams sein, von der Zahl. Die Gegend, glaub ich, hab das Auto da hinten, oder? Richtung Booty Yard. Aua, Aua, Aua! Budi 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 Budi! Ist die Gefahr? Nicht so akut. Es geht so, er hat mich mit einer Shotgun getroffen, glaub ich, oder mit einer Piste? Mit einer Shotgun auf die Range 0. Nja, nja, ich hab halt wenig Schade, das würde den Damage erklären, doch. Ja, ja, eben, und es war eine sehr laute Waffe. Ja, es war eine Shotgun, ja, das passt schon. Aber der ist nicht nah an dir dran, das würde ich damit sagen. Ne, 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 genau, der war ein bisschen weiter weg, aber hat mich getroffen, der Sack. Sacksau! So ein Sack, hey! An Hansastadt Romania. Gute Hansastadt Romania. Wo sind die anderen gelandet? Sind die alle da gelandet, oder was? Haben wir nen Call? Ne, verteilt, verteilt irgendwie. Wer traut sich? Aber alle Richtung Osten, Südosten. Glaub ich. Oh, einer pusht mich. Oh, oh. Also, ich mach keine Weste. Ich komme. Wenn ihr Infos habt, raus damit. Die Naden hier. Wo ist der Franz? Der hat irgendwo hier gesteppt, draußen. Ah! Ich dachte, du bist das Kai, weil dein Name da stand. Ich hasse dieses Spiel. Ich bin immer tot am Anfang, nicht geht's. Tschüss. Einer ist auf orange? Jo. Auf orange, da hinten. Mhm. Er hat auch gute Hits. Das war wahrscheinlich der, den ich gehört hatte. Oh Gott, hab ihn nicht gesehen. Hab ihn. Hier drin. Ja. Oh, orange, oder? Ja. Ich flasche den, weil die auch geflascht haben, die Schweinies. Oh. Wichtig. Wo ist der andere gelandet? Ah ja, die anderen beiden. Er hat zwei Tags. Ist das nur einer oder zwei? Ist nur einer. Der jetzt los. Da musst du auch unbedingt durchziehen, ne? Was ist bei mir um? Okay. Direkt durchziehen. Bei Metz hier. Ich seh den nicht, weil ich in die Sonne gucke. Hab ihn. Ach, du bist so viel besser, Franzi. Wirklich. Ich hab voll in die Sonne geguckt. Geblendet. Sehr gut gespielt. Ich hab euch verarscht. Ich bin nicht weggegangen. Ah. Sulux, hau ab, Alter. Sulux, wie der Zuguck verschiebt. Du hast dich wieder weggedreht, Franzi. So, ja, du bist da oben. Das weiß ich von dir unten nochmal eben. Hier, zack. Du bist hier oben. Wie findest du die Mündungsbremse im Gegensatz zu den anderen Aufsätzen? Willst du wählen, soll ich? Weil ich hab den anderen Chip. Naja, anscheinend. Ich hab's jetzt selber immer noch nicht geprüft. Aber anscheinend sind Zahlen besser als beim normalen Kompensator. Deswegen spiel ich das Ding immer. Ist jetzt aber nicht so, dass ich gemerkt hätte, oh, ja, viel krasser, 100%. Vielleicht müsste man sich gleich hier so reinzicken. Aber da ist bestimmt auch schon was. Nehmen wir an. Wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass das schon stimmt. Der Unterschied ist aber nicht so groß. Boatyard oder auch Schule. Ja. Schule, Schmule. Und Chat, sorry, ich muss hier nebenbei immer mal wieder, deswegen bin ich jetzt häufiger weg, vielleicht noch als vorher. Wir besprechen gerade parallel. Ich kann stark bleiben, wenn ich mir jetzt ein Toffelfie hole. parallel noch eine Sache die nächste Woche startet, die super cool wird. Also ich freue mich da extrem drauf. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir schon Sachen sagen dürfen. Aber ab dem... Ab dem... Ab dem, wann war das? Ab dem 18. Ja. 18. Äh... 19. 20. 21. 21. Passieren krasse Streams auf Franzis und meinem Kanal. Durch eine Zusammenarbeit. Da freue ich mich extrem drauf. Das wird, glaube ich, richtig cool. Also schon mal merken. Ähm... Da sind wir IRL unterwegs. Mit einem Rucksack. Es wird wahrscheinlich... Vielleicht sogar Führungen geben. Es wird Roadtrips geben. Das... Das teaser ich schon mal. Oh, das ist ein geiles Projekt. Sobald ich das sagen darf, so richtig, werde ich es auch tun. Geil, ey. Geil, ey. So, hey, hey. Hab die letzten Tage die ganzen PUBG-Folgen von den Peets geguckt und hab mich heute für meine Prüfung belohnt, deinen Stream das erste Mal einzuschalten. Oh, okay. Wenn taucht, ist voll geil. Du hier, da geht mein Herz steil. Alles Gute für deine Prüfung, denn die wird krass. Vermude ich, ich fühl das. Oh, yeah. Vermude ich, vermude ich, ich fühl das hier. Oh, yeah, yeah, yeah. Jetzt geht's aber ab. Hier bei uns, hier bei PUBG. Weil, jetzt spiel ich richtig. Und dann gibt's ja manchmal nur Leute dann, die im Chat dann schreiben, oh, der kann ja gar nicht singen. Wusch. Wusch. Naja. Jammerhart. Jammerzoul. Ich hab ein Moped oder ein Auto. Das passt grad so gut. Oder ein Auto. Oder ein Auto. Was denn? Jammerhart. Ich hab grad gesehen, mich darüber witzig lustig gemacht, dass manche Leute immer sagen, der kann ja gar nicht singen, vor Scheiß, ich geh jetzt wieder. Und dann schalte ich euch wieder dazu. Oh, dann kommt der Mann nach. So, Raya, du möchtest da unten hin, oder was? Wir warten mal noch eine Minute zum Entscheiden. Warten noch mal ein bisschen. Wir brauchen ja ein Pickup hier. Vom Team. Milter wäre praktischer, ne? Weil wir einen guten Tag, da sind wir sehr lost. Du fährst, ich fahr. Du fährst. Hello from the other side. Boah, fast wie Adele auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich find das ganz gut. Passt nicht ganz. Fand nix. Schon close, ja. Aber man soll ja auch nicht nachsingen, weil man soll ja auch so ein bisschen seine eigene Interpretation da reinbringen. War schon gut. Ja. Stabil. Und da darf man ja auch, also wenn man nichts dran verdient, darf man doch auch covern einfach, ne? Ja, wenn du das auch so interpretierst, ist das auch okay. Man darf es nur nicht monetarisieren, oder? Wie war das? Sobald du Einnahmen machst, musst du halt abgeben. Ach stimmt, da gibt man es ab an die anderen, ne? Ja. Mhm. Und die muss halt die Rechte haben, ne? Ich würde gern wahlweise entweder so einen Film drehen, wie Kevin allein zu Hause, weil die verdienen ja heutzutage noch extrem da dran, weil er immer überall läuft, oder halt so ein so ein Song, ne? Was was gibt's für Songs, die immer wieder gespielt werden? Mach mal ein Bänger. Hier, hier. Mariah Carey, der Weihnachtssong. Bild auf. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need in a heart. Das ist dieses Ding, dass du den Top-1-Song bei deiner Geburt nachgucken musst, so mäßig. Bei mir ist es immer mit Mariah Carey, egal welches Jahr. Ja gut, okay. Achso. Wir werden gepulloppt von Süd. Weihnachten zu Weihnachten. Ja, wo denn? Hinter uns. Einen Tag davor, ja. Ja, ja, ja. Oh, hinter euch ein Auto, ja. Die schießen. Charts, immer die gleichen. Ich hab ja gar keine Bolt. Die müssen es abbiegen. Oh, 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 oh. Oh, der hat low, der eine. Ja, der ist. Die flippen. Ja, die flippen. Die sind hart geflippt. Die sind hart geflippt. Einer ist hart low. Die liegen im Grün ungefähr. Die sind ausgestiegen. Die fahren weiter. Einer ist ausgestiegen. Wie passiert das? Hier wurde schon gelootet, aber... Upsi. Der hat den noch nicht abgepickt. Ja. Sag, ich bock auf noch einen Dorf, aber ich mach das nicht. Nein, du musst jetzt standhaft. Ich glaube nicht, der hat den noch nicht gepickt. Der ist hier close bei mir, Franzi. Im Feld irgendwo. Ich hab einen Shotgun. Ich hab gar nichts. Hier ist ein Buggy, der losfährt bei uns. Der wurde gerade gemoved auf Osten. Ja, tötet den mal. Ich brauch Waffen. Wann? Ach, du bist... Hä? Ich bin... Ich lauf hier neben dir. Ich geh jetzt hier auf den Tower, aber ich seh nichts. Die haben sich da noch ein Auto rangeholt. Die Schweine. Halt dich in dem Haus hier drin. Und zwei Leute. Ich hab ne Waffe. Der Franzi, pass auf, da ist das Ding. Der ist Nock im Haus. Der andere ist hier links noch. Der kann gerade nicht retzen, theoretisch. Der muss erst crossen, oder? Der schleicht jetzt. Hinter uns geht auch was ab. Oh mein Gott, ja. Oh, stimmt. Geh einfach hier rein. Also bei Blau war einer Nock, aber die heben sich jetzt wahrscheinlich hoch. Heibengeister. Weiße. Also die haben sich sehr gerne hier, aber jetzt haben sie sich plötzlich nicht mehr gern. Komm mal zu euch. Kai, du machst das da, ne? Ich mach das hier, Franzi. Was soll ich machen? Äh, Kills. Mhm, 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 mhm. Äh, Überleben. Tiki. Alles. Ich hab meine, meine Dinger schon verschossen. Kannst du mir noch was zu essen machen? Das wär richtig cool. Ich hab nur einen Painy, sonst nichts an Halung. Ich hab drei First Aids. Die sind immer noch so ungefähr auf grün. Soll ich jetzt einen Knaller zünden? Auf grün, okay. Immer einen Knaller. Jetzt sind wir einen Knaller. Ich komm zu dir, wir gucken mal, wenn wir da wen es nennen können. Wo sind sie denn? Uh, Bandit, immer noch auf grün. Ich hab meine Muniz noch weggeschmissen. Doch nicht. Wischi, wir brauchen dich hier. Ja, ich brauch einen Helm und einen Red Dot oder so. Red Dot? Hier ist noch ein Holo bei mir. Mal dir doch auf dem Bildschirm einfach einen Red Dot. Alter, alter. Warte mal. War hier ein Fahrrad? Hier ist ein Fahrrad. Oh mein Gott. Alter. Du bist schon sehr weit vorne. Kannst du wieder zu uns zurück? Warte kurz. Wo ist denn das Fahrrad? Berg schießen die auf dich, ne? Ja. Ja, aber noch vom Berg, glaube ich jetzt. Der ist hier, der ist hier rumgeradelt. Ich weiß nicht genau, wo der ist. Musst du kurz hier rein. Berg schießt, ja. Der Berg ruft. Der ist noch hier oben. Ja. Ist einfach so krass gerade, Franzi. Wirklich. Ich bin ein bisschen auf von Fire heute. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich kann dir schon sagen, warum. Weil du Macher bist. Einer ist rüber gelaufen jetzt zum Wiederholen. Ich bin in dem Haus. Ja, die müssten über dir sein. Hey, die cheaten doch, Mann. Ich bin hier. Ja, Raya, kommst du bitte kurz? Oh, die nähen nicht. Nein, da müsste noch mal getaggt sein. Oh, die pushen mich. Zwei Leute. Einer hat Low. Einer Down. Schön. Einer Low. Einer Down. Einer fehlt, ne? Einer ist doch bei mir, glaube ich, oder? Ihr habt sie alle, ne? Nur Flasches. Nur Flasches. Ich habe meinen Klee bekommen. Ja, weil das sind Flasche. Aber meiner war doch, ach doch. Da brauchen wir Muni und ein Helmchen. Also einer geistert hier noch rum. Hier ist ein Helm drin in der Crate. Oh, geil. Oh, jetzt habe ich zehn Schabrücken genommen. Stark. Auto. Übers Fels. Hier ist 5 Amor. Ja, ich kann was droppen. Hier, zack. Wir fahren hier runter auch. Werden auch angefahren. Meine Weste ist auch gut. Wir halten hier. Der ist laut, der ist laut. Er hat schon zwei, drei Tags. Ah, im Sprung. Hier am Baum. Einer Down. Schön. Auch einen genockt. Beide ist aber weggefahren. Versuche ich dann, an die Mauer zu kommen. Thank you. Er ist im Satellite. Yes, knock. Hier für Raya. Der letzte kommt von meiner Seite irgendwo. Der letzte ist, glaube ich, irgendwo hingefahren mit dem komischen Two-Seater. Hast du einen First Aid? Der ist, glaube ich, nicht angehalten. Ja, lege ich dir. Gehen denn auch noch drei in der Leiche drin? Was, drei? Äh, drei. Ich habe jetzt nur fünf Bandages in der Zeilung. Hier ist ganz viel. Hier ist auch noch ein First Aid. Kannst du gleich die Leichen abgehen, da ist noch was drin. Ja, bei mir an der Scheck liegt da noch was, an der Bahn. Ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt. Und was ist mit den Nolos, die die ganze Zeit von oben auf uns schießen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Die haben die ganze Zeit nachgeschossen, die Arschlöcher. Die haben richtig genervt. Das waren richtige Nervis. Ja. Nervis. Wo ist meine neue Weste? Da ist sie. Ich habe einen Reparatur-Kit dabei. Ich auch. Ich habe nur eine Zweier-Weste gehabt. Baby, Baby. Oh ja, da war gerade einer auf Grün. Leider auch noch mal. Baby, Baby. Oh, ich habe gar keine Munition, lol. Lol. Dann gehen wir auf um vier. Uh. Oh. 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 Wohin schießen wir? Ja, wohin schießen wir? Hier ist einer. In dem Haus. Ist das blau? Ja. 2. Also wohnen wir jetzt erstmal hier, oder was? Mhm. Zumindest noch vor 20 Sekunden. Man muss auch gucken, wir warten jetzt erstmal mal ab, wo die Zone hingeht. Ah. Oha. 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 Ich bin nach der Runde übrigens weg. Oh man. Sorry Hay. Mhm. Muss nur einkaufen man. Keiler. Wir stehen hier noch gut, wir können auch den Hay gleich danach spielen. Also eigentlich. Ja, wir haben alle Zeit der Welt, alles muss in uns rein. Oha. 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 Diese Prike nimmt meine Bauchnabbel. Schüsse auf mich. Oho. Schüsse auf mich. Nee. Von Blau. Die galt mir. Ah, da. Ich guck weiter Richtung grün. Dann dem No-Load-Warnung ist drin. Auf neu grün jetzt. Drei Leute jetzt drin bei gelb. Die kriegen Probleme. Die kämpfen. Die kommen von der Küstenseite noch auf uns zu. Ja. Der Crossgate ist hier. Okay Franzi, magst du vielleicht zu uns näher rankommen? Wenn jetzt noch Küste kommt, damit wir quasi eine Front haben. Oh, wie fies die Pflanze gerade aussah. Ja. Pflanze? Ja, richtig gemeine Pflanze. Hä? Ich sehe gar nicht so scheiße aus. Einer kommt mit einem Buggy hier. Ich habe meine Pflanze tatsächlich wirklich Pflanze genannt tatsächlich. Pflanze? Ja. Okay Pflanze, wir gehen vor, ne? Sie ist groß und stark und lang. So wie ich. Hab einen. Aber der hat auch gerade wen genockt auf Orange Richtung. Blau war ein Buggy. Ich hab einen Play. Oh, da kommt die Smoken sich noch ein. Die müssen gleich rüber zu uns passen. Oh, Kai geht pushen. Ich komm mit. Nein, nein, nein. Bleib, 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 bleib. Oh Mann. Die naden sich noch. Aber da schon wieder Kills klauen gehen. Hast du ein C4? Da gibt es gleich einen großen Feuerball. Aber die sind ja doch gar nicht. So ein Feuerball, Junge. Boom. Schade. Na ja. An der Mauer ist einer. Auf grün. Gut, dass wir hier geblieben sind. War der an der Mauer? Grün. Insta. Dänemark tot. Okay, wir müssen ein Stück rein. Eigentlich da, wo die gerade fighten, ne? Bei Blau. Ja, ja, da oben auf dem Berg. Sind wir wahrscheinlich die letzten oder nicht? Nee. Geht ja gar nicht auf. Bei den letzten Teams meine ich, also dass die dann, dass die nicht mehr großartig verteilt sind, meine ich. Das kann sein. Ah, die müssen alle zu uns. Guck mal, guck mal. Ja. Wird auch noch Geld raus neben uns sein, ne? Ja. Auf sneaky Basis. Oh schön. Achtet, die müssen jetzt gleich rauslaufen aus dem, aus dem Monster. Ich molle die. Müsste jetzt rauslaufen. Ey, der brennt, der brennt einer, rechts. Ja, die müssen jetzt rauslaufen. Tot? Nein. Hier, in dem Haus wird noch gekämpft. On one. On one. Ja, der ist da. Der wird blau. Ich will den haben. Komm. Kai! Fischi, du bist ein Macher. Komm jetzt. Komm jetzt, Fischi. Ich fahr mal tot. Der ist ein AP. Ein AP. Wo ist der? Ich flasche. Im Haus. Ich nade rein. Vielleicht ist er tot jetzt. Komm, Fischi. Gönn dir. Ah, der ist an dem Räumchen. Direkt. Am Eingang. Bist ein Macher, Fischi. Bist ein Macher. 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 Yes. Macher. Weil er mir geschenkt wurde, aber ich nehm ihn Ich nehm das Geil Leute Vielen Dank Tschüss YouTubes